In dem Film der Date-Doktor verdient der Hauptdarsteller sein Geld damit, ein phänomenales erstes Treffen auszurichten, das sie nie vergessen wird. Aber das ist Hollywood und nicht Realität. Im Gegenteil, zu viel Engagement kann die Wirkung erzeugen, sie seien verzweifelt. Mancher fühlt sich nämlich dann überrumpelt. Vergessen Sie nicht, sie lernen sich ja erst noch kennen und haben kein Heiratsversprechen abgegeben. Wenn man sich in einem Lokal trifft, geht es irgendwann um die Rechnung. Die Erwartungen der Menschen sind allerdings statistisch so verschieden, dass man zu 50 Prozent falsch liegen kann. Ja, viele Frauen erwarten, dass er sich großzügig zeigt. Das ist ja auch ein schöner Charakterzug. Aber fast ebenso viele Frauen zahlen lieber selbst, weil sie sich zu nichts verpflichtet fühlen wollen. Am besten also, sie klären vor dem Bestellen der Rechnung, wie oder ob sie aufteilen wollen. Und das Schönste ist, nach einem erfolgreichen Treffen sagen zu können, das nächste Mal übernehme ich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.